die wird jetzt alleine das geld einsacken habe ich aber kein problem damit ich kann das geld nicht ausgeben ich habe zwei marktplätze die sorgen für geld wieder eine shadowbeast ernsthaft ein shadow wie ist zwei ein neuer die discovered outpost has agreed to join your kingdom trading post zwei stück modesty your trading post now offers healing potions modesty your trading post now offers healing potions majesty a newly discovered outpost has agreed to join your kingdom so dringend absichern our magic bazaar now offers fine new elixirs your majesty your majesty a new building is complete our magic bazaar now offers fine new elixirs your majesty another day christmas we even prove the god house wieder ein troll hier und tote da kampf der giganten shadowbeast gegen shadowbeast sovran a building has been upgraded Ja, Regenerationstrecke. Also alles, was irgendwie hilft. Majestät, ein neu erwähntes Ausstieg hat, zu sein, dein Königreich zu sein. Jamsos ist ein Boot. Unsere Magikbazar gibt es nun feine neue Elixirs, deine Majestät. Sovereign, ein Boot wurde aufgeräumt. Abderazak. Achtung. Aber das ist ein Wälder, deine Majestät. Zurück aber nicht so viele. Der Supermanso ist sofort weg. Und da mir das Sosu-Support so wichtig ist, brauche ich dann noch einen zweiten. Wachtturm hin. Ja, Geld ist gerade wirklich nicht so das Problem. Das Problem ist, ich sollte eher mal ein Savegame machen. Und ein bisschen Explorer Flexi dagegen setzen. Dein Dieb ist gerade recht gut, muss ich sagen. So, der Double-Satte auch mal weg. So, mehr Veteranen wach. Oh Gott, Schlangen, es gibt also noch welche. Ich sollte sie missen, damit sie nicht nervt. Gut. Das heißt, helft mal lieber hier mit. Okay, hier scheint alles sicher zu sein. Wir haben einen Außenposten. Das heißt, wir haben einen Rückzugshold für unsere Helden. Die ruhig mal neben mir werden könnten. Noch ne nervige Schlange. So, weg mit Tier. Hier. Ohm. Ähm. Ja gut, Palastwache kümmert euch mal drum. Oh Gott. Und man merkt, die Palastwache war gut. Das will ich gerade zu P. Die Library auf jeden Fall beschützen. Wenn wir Glück haben, haben wir das Schlimmste jetzt überstanden. Die Statue, Fireblast, alles Erforschung, Library verbessern. Irgendwas müssen wir mit dem Geld anfangen. Wir haben die Außenposten, das gibt uns ein bisschen mehr Schutz. Und mehr Baukraft. Euer Magic Bazaar Regeneration Portion. Ihr Highness, wir verbessern die Guardhaus. Sovereign, ein Bild hat sich gegründet. Sovereign, ein Bild hat sich gegründet. Ihr Highness, wir verbessern die Guardhaus. Sovereign, ein Bild hat sich gegründet. Ist so wirklich gefährlich. Sovereign, ein Bild hat sich gegründet. Im Namen der Sovereign. Komm, den kannst du... Ich weiß, du besiegst den. Komm, noch so ein Treffer und der ist weg. Sehr gut. Ich bin stolz auf dich. So, jetzt fehlt hier noch Meteor Storm. Und wir sind gut dabei. Wir haben elf Helden noch, auf die sollten wir aufpassen. Und bei dir bin ich vorsichtig. Ach, das Missportet dich woanders hin. Ah. Ja gut, komm ruhig her. Ihr Highness, unsere Forschung in der Bibliothek ist complete. Was mache ich jetzt mit dem? Ein Graveyard? Den könnten wir auf jeden Fall mal einreißen. Lassen? Oh scheiße, in Wayfair sind Vampire drin, wenn wir die zerstören. In the name of the Sovereign! In the name of the Sovereign! Eher bräuchte ich jetzt Change of Heart ganz dringend. Ah, fliegen in Terror, das ist mir klar gewesen. Ich kann halt wirklich niemanden wiederbeleben. In the name of the Sovereign! In the name of the Sovereign! Das ist euer Ernst, na also! mache ich mal noch ein save game da gucken wir weiter wie wir weitermachen also gehe ich ins hauptmenü ich habe ja gerade gespeichert so und dann sehen wir uns gleich wieder